Jetzt gleich die Orgelmusik mit Franz Lerndorfer. BR-Klassik Orgelmusik Am morgigen Samstag wäre der Organist und Improvisator Franz Lerndorfer 85 Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass widmen wir ihm die heutige Orgelmusik-Sendung. Geboren am 10. August 1928 in Salzburg, wuchs Lerndorfer in Kempten auf und versah bereits als Neunjähriger den Orgeldienst in seiner Heimatgemeinde. Nach einem Studium der Kirchenmusik von 1948 bis 1951 folgte das Meisterklassendiplom für Orgel. Nachdem Lerndorfer zunächst als Musikpädagoge bei den Regensburger Domspatzen gewirkt hatte, wurde er 1962 an die Münchner Hochschule für Musik und Theater berufen, wo er schließlich die Abteilung für katholische Kirchenmusik leitete. Von 1969 bis 2002 versah er außerdem das Amt des Münchner Domorganisten und machte sich vor allem als Improvisator im In- und Ausland einen Namen. Zugleich war er aber auch derjenige, der die Orgelmusikerin Sebastian Bachs auf bayerisch-katholischem Boden etablierte. Bach und Max Reger waren gewissermaßen die Eckpfeiler des Orgelinterpreten Franz Lerndorfer, der am 10. Januar dieses Jahres verstorben ist. Hören Sie deshalb als erstes Werk Johann Sebastian Bachs Toccata und Fuge D. Moll, Werkeverzeichnis Nr. 565, aufgenommen an der damals gerade neu errichteten Jan-Orgel des Münchner Liebfrauendoms 1994.